Hi und herzlich willkommen zu einem nächsten Video, wo ich euch zeige, wo das versteckte Banner aus dem Ladebildschirm von Woche 4 ist. Da müsst ihr auch wieder zum Vulkan, beziehungsweise Richtung Vulkan. Ne, diesmal ist es zum Vulkan. Und den Ladebildschirm werde ich euch auch an dieser Stelle mal einblenden. Das ist ja das mit den ganz vielen Bananenskins und hier an diesem, ja wieso, an dieser Fackel, an dieser Fackel ist dann dieses Banner hier vorne drauf. Das ist dann dieses Banner, wo auch der Bananenskin drauf ist. Genau. Jetzt könnt ihr ihn suchen, finden und auch im Spind benutzen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.